Ich heiße Kathi und komme aus Köln. Schönen guten Tag. Das geht hier zack, zack, zack. Ich bin einfach ein netter Mensch, der anderen gute Sachen gönnt. Ich strahle auch jeden Kassierer an oder packe mit an, wenn mir irgendwas auffällt nebenher. Also ich bin überhaupt niemand, der jetzt nur so zu seinem eigenen Vorteil lebt und danach guckt, dass ich jetzt selber groß rauskomme, sondern ich kann mich für andere Leute gut mitfreuen. Und ich habe einen sehr kräftigen Motor in mir, der das Gute im Leben sieht und das auch immer wieder sucht und sich nicht schnell unterkriegen lässt. Und ja, also miesepetrig in der Ecke rumhängen, das ist nicht so mein Ding. Ich mache irgendwie aus allen Situationen dann doch wieder irgendwas Gutes. Ja, ich freue mich total für die Paare mit. Also ich freue mich auch darüber, dass es dann nicht um mich geht. Also ich möchte gar nicht im Mittelpunkt stehen in dem Moment, sondern ich freue mich wahnsinnig für die Paare und daran teilhaben zu können, dass das ein schöner Tag wird und dass auch davor und danach die Atmosphäre stimmt. Mit 88 werde ich in jedem Fall ausschlafen. Mit 88 werde ich ganz gemächlich in den Tag starten, werde vielleicht Besuch von meinen Söhnen bekommen und vielleicht mit einer Freundin im Garten sitzen, ein Brettspiel spielen und am Wochenende hoffentlich immer noch Hochzeiten machen. An der freien Trauung fasziniert mich, dass diese Zeremonie genauso einzigartig ist wie diese beiden Menschen, die in dem Moment Ja zueinander sagen. Also da gibt es keine Zeremonie, die sich wiederholt eins zu eins. Das geht überhaupt nicht, weil ja auch die Paare, die heiraten, so unterschiedlich sind. Und genau das kommt eben in dieser Zeremonie zum Ausdruck. Es ist jedes Mal wieder ein ganz neues, einzigartiges und sehr persönliches Erlebnis. Darüber, dass mein kleiner Sohn jetzt laufen kann. Es sieht einfach so putzig aus, wenn der auf seinen zwei Beinchen durch die Gegend stiefelt und so stolz ist. Ich finde das großartig. Ich liebe das, wenn die Braut einzieht und wenn die beiden sich zum ersten Mal sehen. Wenn die Zeremonie so ihren Lauf nimmt und man die Aufregung spürt bei allen, die im Raum sind. Und wenn sich dann langsam diese Magie ausbreitet, dass die Liebe, weshalb wir alle zusammengekommen sind, dass die jetzt gerade dort in dem Raum gefeiert wird und die Aufregung umschlägt in dieses feierliche Glück, dass die beiden Menschen sich gefunden haben und ihre Liebe mit uns allen zusammen feiern wollen. Kann man das so sagen? Das klingt blöd, oder? Es ist aber so. Fertig? Fertig! 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 Fertig!